Los geht es jetzt, macht seine Mix go wild, wild, wild. Los geht es jetzt, macht seine Mix go wild, wild, wild. Martin, hier rüber. Da ist er lang gelaufen. Er hüpft herum wie ein Tischtennisball. Dieser indonesische Regenwald ist echt dicht. Macht total Spaß, drin rumzuklettern. Und hier gibt es komische Tiere. Wen verfolgen wir denn überhaupt? Wenn wir ihn einholen, finden wir es heraus. Huh! Da, hinter dem Strauch. Er ist verschwunden. Wie kann das sein? Kann dieses Tier etwa zaubern? Hat es sich in Luft aufgelöst? Ich wünschte, wir könnten besser sehen, trotz der Dunkelheit. Dann bräuchten wir aber riesige Augen, speziell fürs Mondlicht. Hallo? Ja, so etwa. Riesengroße Kulleraugen wie deine. Wir haben dich also endlich eingeholt, ja? Stell dir mal vor, ich hätte Augen wie deine. Bei unserem Größenunterschied, da wären sie so groß wie Grapefruits. Du siehst ja aus wie ein kleiner Außerirdischer. Wow, kaum zu glauben. Der scheue, selten zu findende. Im Regenwald heimische. Nachtaktive. Kleinste Primat der indonesischen Inseln. Oh Gott. Wenn es Oui Gile war.